Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sprechen über ein Thema, über das man eigentlich gar nicht sprechen darf, nämlich Gewalt von Frauen und Religion. Kann Religion eine Komponente sein bei der Gewalt gegen Frauen? Tatsache ist, dass sehr viele Täter bei der öffentlichen Gewalt gegen Frauen aus islamischen Staaten kommen, selber islamisch sind. Nordafrika, Afghanistan sind Herkunftsländer sehr vieler Delinquenten, die in der Schweiz durch öffentliche Gewalt an Frauen auffallen. Etwa wieder der schwere Fall in Genf, bei dem westlich gekleidete Frauen zusammengeschlagen und schwer verletzt wurden. Hat das etwas mit der Religion zu tun? Kann man das überhaupt sagen? Darf man das sagen? Zunächst einmal ist festzuhalten, ich selber habe eine sehr hohe Achtung vor dem Islam, einer der großen Weltreligionen und es wäre völlig verfehlt, jeden Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft als potenziellen Täter einzustufen. Aber man muss Tatsachen sehen. Der Islam steht Frauen gründlich anders gegenüber als wir in unserer Gesellschaft. Die Frau hat keine Seele. Sie taucht nicht im Paradies auf, außer als eine der 72 Jungfrauen, die den Märtyrer belohnen, wenn dieser stirbt. Also nur als Sexobjekt im Paradies. Der Mann kann bis zu vier Frauen heiraten. Eine Scheidung kann mit einer bloßen Wegweisung der Frau erfolgen. Es gibt Länder, in denen zum Beispiel eine vergewaltigte Frau gesteinigt wird, weil sie offenbar zu viel Reize hat durchblicken lassen, sodass der Mann in Verführung geraten ist und die Frau vergewaltigt hat. Das steht nicht im Koran so. Aber es sind Interpretationen in diversen islamischen Ländern, die viel weiter gehen als der Koran selbst. Die Burka, Nijab und ähnliches stehen auch nicht direkt im Koran, werden aber immer wieder daraus hergeleitet. Die Frage ist, was machen wir? Eine klare Tatsache ist, wir müssen nicht beliebig Migranten ins Land lassen, aus Ländern, die völlig andere kulturelle und religiöse Basis als wir haben. Aber es wäre auch verfehlt zu sagen, kein Moslem darf zu uns kommen. So geht es nicht. Was machen wir denn nun, wenn ein Hang zur Gewalt vorhanden ist? Es ist letztlich Sache der Justiz, hier sehr klare Zeichen zu setzen. Und es ist auch ein Zeichen, das wir verlangen können, dass Personen, Migranten, die sich in diesem Sinne eines schweren Delikts schuldig gemacht haben, das Land verlassen müssen. Migranten, die einen Pass haben, die können in ein Land zurückreisen und die kann man in dieses Land abschieben. Das sollte auch tatsächlich passieren. Ich will aber auch nicht irgendwie beiseite schieben, dass es bei uns ebenfalls Gewalt gegen Frauen gibt, die genauso verurteilenswürdig ist, wie Gewalt von Migranten und speziell auch von Migranten, die dann sogar noch ihre Gewalt auf irgendwelche fehlgeleiteten islamischen Vorstellungen stützen. Eine Frau, die so herumläuft, westlich freizügig, die zieht doch das Unheil selber auf sich herab. So darf es bei uns nicht gehen. Wenn schon Integration, das muss es heißen, man hat sich an unser Gesetz zu halten, egal welcher Religion man angehört und egal woher man kommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020